Die Adventszeit ist nun da. Das Jahr geht so langsam zu Ende. Wir haben wieder Dezember in unseren Kalendern. Vieles ist passiert, auch in diesem Jahr wieder, das bald zu Ende gehen wird. Wir haben viele Erwartungen bestimmt in diesem Jahr gehabt. Viele von uns haben Pläne sich gemacht. Wie wird dieses Jahr wohl aussehen, 2023? Was werde ich wieder erleben? Wird in diesem Jahr etwas Besonderes in meinem Leben stattfinden? Wird vielleicht dieser hässliche Krieg zu Ende gehen? Werden vielleicht Menschen weniger hungern auf dieser Erde? Wird vielleicht meine Familie zum Glauben finden, für die ich so lange schon biete? Werden meine Verwandte, meine lieben Menschen, die ich so liebe, Jesus Christus finden? Und so hat jeder von uns Erwartungen bestimmt in diesem Jahr gehabt. Und es ist so schön, es ist gut, dass wir Erwartungen haben, dass wir wirklich auf etwas warten. Das ist ganz normal, dass wir uns Ziele, Wünsche, dass wir Wünsche haben. Ich glaube, nicht jeder Wunsch hat sich in deinem und in meinem Leben erfüllt. Nicht jeder Wunsch kam in Erfüllung, aber das Leben geht weiter. Das Leben geht weiter. Es waren bestimmt manche Dinge in unserem Leben da, die auch unsere geistliche Sicht neu auf das Wort Gottes ausgerichtet haben. Das ist wichtig, meine Lieben. Wir haben vielleicht neue Sicht bekommen für das Wort Gottes. Das sind manche Dinge vielleicht in unserem Leben gewesen, die uns zu Gott nahe oder näher geführt haben. Das ist ganz normal, es ist so schön. Manches Stoppschild in unserem Leben und manches Schild durchfahren verboten, hatten uns von vielen Ärgernissen, Schwierigkeiten auch bewahrt. Manchmal hat Gott so ein Stoppschild vor unseren Augen gestellt, sagt, stopp, junge Mädchen, nicht weiter. Wenn du weitergehst, kommt eine Gefahr auf dich zu. Und so sind manche Dinge in unserem Leben gewesen, die Gott geleitet, geführt hat, weil wir uns unser Leben Gott anvertraut haben. Und es ist so schön, dass wir wissen, Gott ist im Regiment und er weiß alles. Es waren auch viele Menschen bestimmt in unserem Leben der letzten Zeit, die Gott uns auf den Weg gestellt hat, die unser geistliches Leben beeindruckt und noch beeindrucken. Es waren auch Menschen, kleine und große, die aus unserem Leben einfach gingen. Wir haben alle gelernt, was es heißt, Gott nahe zu sein. Wir haben bestimmt alle das in unserem Leben erfahren, wie Gott nahe sein kann, wenn wir in Schwierigkeiten, in Problemen stecken. Wenn wir zu ihm kommen, er hat gesagt, ich bin hier. Er hat uns von vielem bewahrt. Und nicht alle meine Wünsche und meine Vorstellungen haben sich erfüllt, aber das Gute und das Schöne in meinem Leben, dass Gott immer da war. Egal, was in meinem Leben passieren wird noch oder passierte und noch kommen wird, das Gute, das Schöne, die Grundlage meines Glaubens ist und bleibt, dass Gott mir gesagt hat, hier und mir gesagt hat, ich bin bei dir. Ich werde bei dir bleiben. Ja, es ist mein, dein Gott, der sowas gesagt hat und sein Versprechen wird er gewiss halten. Er ist unser Gott. Er trägt durch. Er führt uns auf der rechten Straße, um seines Namens willen. Er ist diese Straße. Er ist dieser Weg. Er ist diesen Weg schon gegangen. Und darum weiß er, kennt er ganz genau unser Lebensweg. Wenn wir bis heute nur, bis dieser Sekunde, bis dieser Augenblick, bis diesem Augenblick gekommen waren und wissen nicht, was kommt auf mich morgen zu. Das Gute, dass wir einem vertrauen dürfen. Er sagt, ich bin der Weg. Ich bin den Weg schon gegangen. Auf dem Weg darfst du gehen mit mir und habe keine Angst. Ich gehe mit dir weiter. Wenn du manchmal nicht weiter weißt, wenn die Ängste da sind, wenn Fragen da sind. Er sagt zu mir und zu dir, zu dir und zu mir. Ich bin da. Ich gehe mit dir diesen Weg. Er ist genauso das Ziel. Er hat uns sein Wort gegeben. Und dieses Ziel, bevor wir heute durch sein Wort oder zu diesem Ziel gehen. Er ist das Leben. Er hat das Leben schon gelebt. Damit wir dieses Seins, sein heiliges Leben in uns haben können. Mein Lieben, das, was wir tragen hier in uns, ist so kostbar. Die Bibel sagt, die Kostbarkeit Gottes, die ist in uns. Der Heilige Geist ist in uns. Und wir tragen es in diesen schwachen Körpern, die oft anfällig sind, die oft krank werden können, die angegriffen werden von dämonischen Mächten. Aber er sagt, hab keine Angst. Ich bin in dir. Und wenn ich in dir bin, wer kann gegen dich sein? Wenn Gott in mir wohnt, meine Lieben, wer kann gegen uns sich aufstellen? Niemand. Er ist hier. Er ist den Weg schon gegangen. Und doch werden heute noch so viele Dinge passieren in dieser Welt. Es sind so viele Kriege, die heute geführt werden. Und werden noch angefacht, viele. Es wird gekämpft in vielen Ländern der Welt. Es sterben immer weiter viele Kinder. Viele Menschen sterben von Krankheiten und Hunger. Es werden immer noch viele Waffen geschmiedet, um Kriege zu führen. Immer noch sind dämonische Kräfte unterwegs, um Menschen zu versklaven. Das ist die dunkle Welt. Das ist die dunkle Seite von dieser Welt, meine Lieben. Aber er hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Und wer meinem Wort vertraut, wer zu mir kommt, der wird nicht in der Dunkelheit bleiben. Und das ist so wichtig, meine Lieben. Wenn wir zu Jesus gekommen sind, wir werden nicht in der Dunkelheit Zeit verbringen müssen. Wir sind in diesem Licht. Wir sind in diesem Licht. Und dieses Licht ist in uns. Und keine Dunkelheit kann uns überranen. Wir sind in Christus. Er sagt, wer in mir bleibt, ich bin das Licht und ihr seid in mir. Und dieses Licht hat auch das Volk Israel so lange, viele Jahre gewartet, dass irgendwann dieses Licht kommen wird. Weil sie lebten auch in Dunkelheit. Auch so viel Böses war auch damals beim Volk Israel. So viele Feinde. So viele Feinde. Und nicht von Gefähr. Gott hat ihnen damals gesagt, wenn ihr bei mir bleibt und wenn ihr in meinen Geboten, Satzungen, Wandel werdet, werde ich schützen, werde euch bewahren. Aber immer wieder, immer wieder, immer wieder, wie auch wir es jeder von uns tun wird oder getan hat, heute vielleicht nicht mehr. Heute bist du ein heiliger Mensch. Werden wir nicht mehr von Gott abhauen, werden wir nicht Gott verleugnen. Aber damals, das Volk hatte noch das nicht. Der Heilige Geist war noch nicht gekommen. Und sie warteten auf den Messias, der kommen wird und sie retten wird eines Tages. Und sie warteten, warteten, warteten. Jahrzehnten, Jahrhunderten, viele, viele Jahre. Aber Gott hat gesagt, es wird eines Tages der Stern von Bethlehem in eure Dunkelheit kommen und es wird in eurem Leben wieder hell sein. Und der versprochene Messias ist gekommen, das wissen wir mal, er ist gekommen damals im Stalle von Bethlehem, aber nicht jeder hat ihn bemerkt. Nicht jeder hat erfahren, dass der Christus, der Christus, dass er gekommen war. Obwohl die Hirten, die haben das erlebt, die kamen, die haben den Stall, im Stall des Babys besucht und sie wussten, da ist was Übernatürliches in diesem Stalle passiert. Gott wird Mensch. Und sie gehen von Dorf zu Dorf und erzählen von dieser wunderbaren Botschaft, aber nicht alle glaubten. Wie auch heute nicht viele glauben werden, wenn du rausgehst auf die Straße und sagst, Jesus lebt, ist doch nicht okay. Und? Wie man sagt, Jesus will dich retten, ja okay, ich bin gerettet, mir geht's gut. Wie viele Menschen reden heute so? Es war auch damals das Gleiche. Die Menschen reagieren oft nicht auf die Botschaft des Hämmels. Für viele ist es gleich oder für viele sind es gute Nachrichten vielleicht. Und das war's. Und darum können wir das Volk Israel nicht jetzt irgendwie verurteilen und sagen, sie haben es nicht gewollt. Nein. Das, was drinnen war, es konnte nicht das Fleischliche, es konnte nicht das Heilige erleben. Und genauso heute ist es bei vielen Menschen, die sagen, es ist okay. Aber das muss man mit dem Geist verstehen. Gott hat sein Volk nicht vergessen. Er wird bestimmt sein Versprechen halten. Und er wird eines Tages radikal das Leben des Volkes Israel verändern. Er ist gekommen. Und wisst ihr, er hat gesagt, ich will ein neuer Bund mit meinem Volk schließen. Nicht diesen Bund, den ich mit ihnen damals am Berg Sinai geschlossen habe. Und in Steinen eingraviert habe, meine Gesetze, meine Gebote. Ich will in ihre Herzen meine Gebote, in meine Satzungen reinschreiben. In das Herz. Und das will Gott heute in jedes Herz. Seine Gebote, seine Satzungen. Er will nicht, dass wir nur das Wort haben. Das Wort kann uns totschlagen, übrigens. Wenn es nicht reden wird zu mir. Die Bibel kann totschlagen. Da sind schon viele totgeschlagen. Viele schlagen die Bibel zu und sagen, ich verstehe da nichts. Aber wenn das Wort geöffnet wird durch den Geist Gottes. Wenn das Wort reden wird. Wenn das Wort wirklich uns Leben bringt. Dann macht es uns zu neuen Menschen. Und das ist so wichtig, was Gott da in seine Worte hinterlassen hat. Und er hat zu seiner Volke gesagt, ich werde zu euch kommen. Und er hat viele Zeichen auch gesetzt. Wie dieser Jesus kommen wird. Wie dieser seiner Messias, Retter der Welt kommen wird. Und wenn wir das alte Buch von Prophet Jesaja lesen. Da hat er so viele Zeichen schon gesetzt im alten Buch Jesaja. Und ich will heute mit uns kurz drei Visionen von Jesaja. Drei Sichten von Jesaja anschauen. Und das erste lesen wir im Buch Jesaja Kapitel 7, Kapitel 9 und Kapitel 11. Sehr interessant. 7, 9 und 11. Drei Kapitel hat Gott ein Zeichen gesetzt für sein Volk. Was kommen wird. Oder wie der Messias auf diese Erde kommen wird. Und lasst uns mal anschauen. Jesaja 7, Vers 14. Da sagt er ein wunderbares Wort, was da kommen wird. Er sagt, deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken. Und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Amen. Da wird gesagt, Gott selbst. Er, der Herr selbst gibt ein Zeichen. Weil die Menschen haben gesucht, welche Zeichen. Wie wird es aussehen? Wie könnte es aussehen? Was wird auf uns zukommen? Und wie wird die Zeit sein, wenn der Messias kommt? Und Jesaja sagt, Gott, der Herr selbst, wird euch ein Zeichen setzen. Das wird nicht von irgendeinem Menschen euch gesagt, aber von Gott selbst. Gott spricht. Eine Jungfrau wird schwanger und sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Und dieser Sohn soll der Erlöser, der Retter dieser Welt sein. Und sein Name soll Immanuel, Immanuel heißen. Und es heißt Gott mit uns. Das ist eine Zusage Gottes, oder? Wenn Gott sagt, ich werde dir ein Zeichen geben. Ich persönlich werde zu dir kommen. Ich werde dir sagen, so und so wird es aussehen. Und ich werde noch dazu dir sagen, dass ich diesen Namen Immanuel tragen werde. Und es heißt Gott, ich bin bei dir. Das war das Zeichen, was das Volk Israel hören sollte. Gott wird Mensch. Er wird Mensch. Der Schöpfer macht sich mit seiner Schöpfung eins. Er wird als Geschöpf. Gott, der Schöpfer, wird als Geschöpf. Kommt auf diese Erde. Die Bibel sagt in Philippa 2 sogar, er wird als Sklave für uns. Er diente uns hier auf dieser Erde. Können wir uns vorstellen, dieser mächtige, starke Gott. Der wie viele Sterne geschaffen hat? Wer weiß? Wie viele Galaxien? Wer weiß? Unendliche, die Wissenschaftler, die sagen, es gibt es immer weiter, immer noch, immer noch, unendlich. Und dieser Gott, der wird ein Geschöpf. Der wird Mensch. Der wird genauso wie du und ich. Der spricht unsere Sprache. So hat Gott immer, immer wieder gesprochen und die Menschen konnten ihn nicht verstehen. Diesen weiten, weiten, grüßen Gott. Und jetzt wird er Mensch. Zum Anfassen, zum Anfassen, mit ihm zu reden zu können. Der sagt, ich bin da. Er kommt in unseren Alltag, er sucht Gemeinschaft mit den Menschen. Und das ist die Absicht Gottes, die Gemeinschaft. Weil die Menschen sind abgehauen. Die Menschen suchten das Seine. Die wollten irgendwas haben. Etwas greifen. Aber Gott sagt, ich bin da. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Er verbindet den Himmel mit der Erde. Durch sein Sterben am Kreuze bringt er uns Befreiung von vielen Sünden, die Menschen auf dieser Erde getan haben. Von vielen Lasten, von unserer Dunkelheit, von Ängsten, die uns bedrückten und vielleicht heute noch bedrücken. Aber er ist der Befreier. Er ist der Heiler. Er ist der Heiland. Er ist derjenige, der uns nahe gekommen ist. Und er sagt, Immanuel, Gott ist uns nah. Immanuel. Immanuel ist sein Name. Gott, ich bin euch nah. Ich bin ganz nah euch. Wir sind nicht mehr allein in der Welt, meine Lieben. Jesus sagt, ich werde euch nicht alleine als Weise in dieser Welt wirklich zurücklassen. Ich werde zu euch wieder kommen. Ich werde zu euch kommen. Und er ist gekommen. Eines Tages. Als Jesus zu seinem Vater in den Himmel gefahren ist, hat er seinen Heiligen Geist auf diese Erde gesandt. Und jetzt ist er. Damals war er nur geografisch, damals in Israel. Heute kann er überall, auch hier in Freundstadt, übrigens, hier in Freundstadt sein. So schön, oder? Er kann hier sein. Können wir das Wunder Gottes verstehen? Was Gott uns geschenkt hat, dass er durch den Heiligen Geist hier ist. Ja, am besten, wenn wir Jesus sehen würden, oder? Übrigens in dieser Woche habe ich erlebt oder gehört ein Zeugnis von palästinensischen Christen, wie sie unterwegs waren in Palästina, dort gerade in Gazastreifen. Und sie haben Menschen, Essen gebracht, Menschen, wirklich, ja, die humanitäre Hilfe. Und die haben einfach die Bibel aufgeschlagen. Auch viele, hunderte Menschen da standen, haben die Bibel aufgeschlagen. Und sie finden an, das Evangelium zu lesen. Von Jesus Christus. Und das hat so viele Menschen gepackt. Dieser Erlöser. Wisst ihr, wenn das Wort Gottes gesprochen wird, dann kann kein Mensch einfach so stehen, wenn es durch den Heiligen Geist gesalbt ist. Dann spricht es ihren Menschen an. Und in dieser Nacht, würde dann später gesagt, haben 200 Menschen Jesus Christus gesehen. Jesus Christus. In dieser Nacht haben 200 Menschen Jesus Christus gesehen. Und sie haben sich zu Jesus bekehrt. Jesus ist bei allen da gewesen. Kommen Sie rein. Jesus ist bei allen in dieser Nacht. Ihr habt gesagt, wie kann das sein? Jesus ist ein Jesus. Aber er ist allmächtig und gegenwärtig. Er kann hier uns begegnen. Und wenn er dort in Gazastreifen Menschen begegne, kann er auch hier uns in Freundschaft begegnen. Mein Lieben, wie er es tut, weiß ich. Ich kann dir das nicht sagen. Aber er begegnet Menschen, wenn sie zu ihm rufen. Er bringt uns in Erinnerung von allem, was das Wort Gottes uns sagen will. Mein Lieben, das ist so schön. Er bringt uns das Wort ganz nahe. Alles, was Gott dir und mir versprochen hat. Er warnt uns, wenn die Gefahr auf uns lauert. Er warnt uns auch. Er sagt, hey, stopp mal. Nicht weitergehen. Noch ein Klick. Und dann bist du irgendwo drin, was nicht schön ist. Noch ein Schritt. Dann bist du dort, wo du nicht sein solltest. Noch ein Wort. Und dann könnte ein Streit kommen. Bitte mach es nicht. Er warnt uns. Er ist uns nah. Er ist voller Liebe und Barmherzigkeit. Er überführt uns auch. Aber ganz liebevoll. Nicht, wenn Menschen uns überführen und über uns schimpfen können. Er sagt, nein. Er überführt uns. Wenn wir auch Falsches gemacht, getan haben. Er sagt, bring es in Ordnung. Bring es in Ordnung. Komm zurück. Komm zurück. Er beschenkt uns mit seinen wunderbaren Gaben, die seine Liebe zeigen. Er beschenkt uns. Und das ist Gott heute ganz normal unter seinem Volk. So ist Gott, der heute unter seinem Volk wandelt. Damals war es ein Baby. Damals musste er groß werden. Damals ist er unterwegs, dreieinhalb Jahre gewesen. Jesus in Israel. Hat gepredigt, geheilt, Wunder getan. Aber heute ist er genauso hier. Und er tut das Gleiche durch seinen Heiligen Geist. Wenn wir im Gehorsam mit dem Geist Gottes unterwegs sind und seine Frucht ihm zum Leben wächst. Er spricht dafür, dass wir geistlich sind. Wenn die Frucht in unserem Leben wächst. Wenn du zurückschaust in dein Leben. Was nach vor einem Jahr war, ist das Gleiche in diesem Jahr. Dann stimmt was nicht in unserem geistlichen Leben. Wenn die Frucht nicht gewachsen ist. Wie kann ich sehen? Die Frucht. Manchmal sieht man die Frucht nicht. Aber manchmal sieht man die Frucht. Und wichtig, dass wir persönlich wissen, nicht alle Menschen sollen auch die Frucht sehen in mir. Aber wichtig, dass ich und mein Gott weiß, dass die Frucht gewachsen ist. Dass ich ihm mehr liebe heute. Dass ich mehr Schritte zu ihm getan habe. Dass ich mehr ihm vertraue, gelernt habe. In allen Lagen meines Lebens. Wie kann man einen geistigen und einen fleischigen Christen unterscheiden? Nicht, wenn die Menschen zum Gottesdienst kommen in meinem Leben. Das unterscheidet uns gar nicht. Kennen wir die Geschichte von fünf Klugen und fünf Türichtenfrauen? Jungfrauen. Fünf Klugen und fünf Türichten. Die waren alle beieinander. Eine Gemeinde. 100 Leute. 50 sind eingeschlafen. Und die 50 auch, übrigens. Alle sind eingeschlafen, sagt uns die Bibel. Und plötzlich beim letzten oder beim Ruf, als der Ruf erschallt, der Bräutigam kommt. Alle sind aufgewacht. Alle. Aber die eine haben Öl gehabt. Die andere haben es nicht gehabt. 50 mal 50. Fünf mal fünf. Und darum kann man nicht sagen, wer zum Gottesdienst kommt, der ist geistlich, meine Lieben. Die Geistlichkeit, die besteht in deiner und in meiner Beziehung zu Jesus. Deine und meine Beziehung zu Jesus. Wie ist unsere Beziehung heute zu unserem Vater? Darin besteht die Geistlichkeit. Und das wird sich abfärben in unserem Leben. Wenn ich mit meinem Vater unterwegs bin, wenn ich in meinem Gebetszimmerlein mit meinem Vater Zeit verbringe, dann wird die Auswirkungen kommen, ob wir es wollen oder nicht. Wenn wir Zeit im Gebet verbringen, es wird Auswirkungen bringen. Wenn wir nur fünf Minuten am Tag beten, dann wird dementsprechend auch unser Leben so aussehen. Wenn wir die Bibel in der Woche nicht aufgeschlagen haben, dann wird dein Leben auch so dementsprechend aussehen, wenn du nur vom Handy sich fütterlisch. Von dem, was im Händetier gesagt und gemacht und erzählt wird. Es bringt uns nicht geistlich voran. Und darum ist wichtig, wie kann man heute leben als geistliche Christen, als Menschen, die geistlich sind. Es wird die Frucht in unserem Leben sichtbar. Durch die Beziehung. Durch die Beziehung. Wo wir gelernt haben, auf die Stimme Gottes zu hören. Wir kommen zur zweiten Vision. Jesaja sah es, dass Gott selbst gesagt hat, ich werde ein Zeichen setzen. Eine Jungfrau wird ein Baby zur Welt bringen und dieses Kind wird der Messias sein. Und ich werde ihm den Namen geben, Immanuel, und ich werde bei euch sein. Und die zweite Vision sehen wir schon im Kapitel 9. Da ist was geschah. Er sieht die weitere Vision. Und das war die vollendete Tat schon. Und der Dienst des Messias auf Erden. Da wird gesagt, denn uns wurde ein Kind geboren. Uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Hier spricht Jesaja, als die Tat schon vollendet ist. Die wurde vollendet. Uns ist ein Kind geboren. Wird nicht geboren, sondern ist schon geboren. Uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Und er heißt, wunderbar, schaut mal. Er heißt, wie heißt er? Baby? Nein. Er heißt wunderbarer Ratgeber. Das sind die Namen. Aber das sind nicht alle Namen. Er hat so viele Namen. Aber diese vier Namen, die tragen in sich wirklich das volle Evangelium heute. Er ist der wunderbare Ratgeber. Seine Herrschaft ist groß. Und der Frieden auf dem Thron Davids. Und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten. Durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Wow. Er heißt wunderbarer Ratgeber. In der anderen Übersetzung habe ich nachgeschaut. Da steht geschrieben, in Septuaginta, da steht geschrieben, erstaunlicher Ratgeber. Zum Erstaunen. Was er für Dinge uns erzählen wird. Er wird Dinge erzählen heute den Menschen. Das, was er gesehen hat im Himmel. Er sagt, ich tue nichts auf dieser Erde. Johannes 5, Vers 19. Ich tue nichts auf dieser Erde, was ich nicht gesehen habe, was mein Papa im Himmel tut. Und er erzählt den Menschen alles, was er im Himmel gesehen hat. Und alles, was er auch ist. Und das hat den Menschen fasziniert. Und viele sagten damals, er predigt oder er tut oder seine Lehre ist ganz anders als die Lehre von den Pharisäern. Weil er das Leib, was er erlebt, was er im Himmel ist und tut, tut er genauso auf dieser Erde. Durch das Wirken seines Geistes. Er ist der starke Gott. Er hat die Macht des Feindes zerstört. Er hat zerstört. Er ist der Löwe vom Stamm Judah. Er ist der Mächtige. Und wisst ihr, das gefällt mir so oft in den Propheten geschrieben. Und es brüllt der Löwe von Judah. Wow. Manchmal brüllt dieser Löwe so stark, dass der falsche Löwe sich einschüchtern und abhauen muss. Es gibt einer, die Bibel sagt in 1. Petrus Kapitel 5, dass dieser Dieb, der Teufel, er geht wie ein Brüllender. Er ist nur ein Brüll wie ein Löwe. Aber unser Jesus, er ist der Löwe von Judah. Wenn er brüllt, wenn er sagt, dann geschieht es. Dann muss die Welt zittern. Und er wird eines Tages brüllen gegen alle Schuld und Sünde. Gegen alle dämonischen Mächte, die in den Feuerpfuhl geworden wird. Da wird etwas kommen. Friede fürst, der Friede bringen da in jeden Streit, Kampf und jeden Krieg, wenn die Menschen es eigentlich nur wollen. Er bringt Frieden. Er kommt nicht einfach so und sagt, okay, machen wir Frieden schnell. Nein, die Menschen müssen es wollen. Die Menschen müssen es wollen, sagen, Herr, wir brauchen Frieden. Und es wird gekämpft weiter. Es wird weiter gekämpft in Ukraine, in Israel, in Sudan, in vielen Ländern. Die Menschen wollen kämpfen. Die Menschen wollen hassen. Die Menschen wollen töten. Aber wenn sie aufhören, wenn sie plötzlich stehen bleiben und sagen, Herr, wir brauchen dich. Er ist da, um alles gut zu machen, Frieden zu stiften. Er ist der Friedefürst, auch in unseren Familien, wo oft nicht das ist, was sein soll, in einer christlichen Ehe, christlichen Familie. Wie viele Dinge passieren heute in vielen Familien, Streit, Unversöhntheit. Aber Gott will kommen in jede Familie und er will Frieden, Frieden, Frieden schenken. Vater der vollkommender Zeit. Vater der Ewigkeit, wird andere übersetzt, ein Vater der kommenden Zeit. Die Zeit, die kommen wird. Er ist der Vater. Ihm gehört die Himmelswelt, die Ewigkeit. Und er hat die Menschen geschaffen, damit wir eines Tages dort sind, wo er ist. Und darum ist er der Vater der kommenden Zeit, Vater der Ewigkeit, Ewigvater. Wir kommen zum dritten, zur dritten Vision Jesaja, sieht die nächste Vision, Jesaja 11, Vers 1 bis 5. Aus dem Stumpf Isais wird ein Spross hervorgehen, ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Macht, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Er wird an der Furcht des Herrn wohlgefallen haben. Sein Urteil wird sich nicht auf Äußerlichkeit gründen. Er wird nicht aufgrund dessen, was er hört, entscheiden. Er sorgt für Gerechtigkeit unter den Armen und verschafft den unterdrückten Recht. Er schlägt das Land mit der Rute seiner Lippen und tötet die Gottlosen mit dem Hauch seines Mundes. Gerechtigkeit ist ein Gürtel und Wahrheit sein Gott. Wow. Er sagt aus dem Stumpf Isais, also Davids Nachkomme, wird dieser Herr sein. Ein Trieb. Und in der griechischen Übersetzung hat es mir so gefallen, da steht eine Blume wird aufblühen. Eine Blume, nicht ein Trieb, sondern eine Blume wird aufblühen und wachsen und gedeihen. Und er wird Frucht und die wird Frucht tragen. Diese Blume, die Rose von Saron, wird uns gesagt in anderen Propheten. Auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen. Und das ist, was er damals in Nazareth gesagt hat, als er zu seinem gekommen war. Er kam zurück von Jerusalem, von dem Fest. Er kommt nach Hause und da geht er wie nach seiner Gewohnheit in die Synagoge und er hat sich vorne hingesetzt. Und wer sich vorne dann hingesetzt hat, übrigens, wenn du das nächste Mal predigen willst, komm nach vorne, setz dich hin. Dann weiss man, dass du predigen willst, dass du ein Wort vom Herrn hast. Okay. In der Synagoge war es so. Und er setzt sich vorne und dieser Diener gibt ihm die Buchrolle von Jesaja. Er schlägt sie auf, liest in Jesaja 61, Vers 1. Da wird gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesalbt, um den Kranken, den Verletzten, den in Gefängnissen Sitzenden, sie frei zu machen. Und dass er damals, dass seine Verwandte, seine Freunde in Nazareth nicht verstehen können. Dass er der Nazarener ist. Und da Trieb eigentlich aus dem Hebräischen heißt, das Wort Trieb heißt Netzer. Und Netzer ist das Verwandte mit dem Wort Nazarener. Und er sagt, er wird der Nazarener sein. Er wird der Netzer, der Trieb, der wird aufkommen, aufgehen. Und er wird das Heil der Menschen bringen. Auf ihm wird der Geist des Herrn sein. Auf ihm wird er gesalbt sein, die Weisheit und der Verstand wird er zusammenführen. Übrigens, können wir nochmal das anschauen? Jesaja 11, das sind die zwei, diesen sieben Geister, die Bibel uns hier sagt. Einmal der Geist des Herrn, das Erste. Das Geist des Herrn, das Zweite, Geist der Weisheit und des Verstandes. Das ist immer in einem Zusammenhang hier. Weisheit und Verstand. Wenn wir Weisheit brauchen, wo gehen wir hin? In Jakobus, Kapitel 1, Vers 5 steht geschrieben, wem jemand Weisheit mangelt, wem mangelt heute Weisheit übrigens, darf ich bitte wissen? Keinem von uns sind alle weise, kluge Menschen, wir brauchen alle Weisheit. Und da sagt Jakobus ganz schlicht und einfach, wenn dir Weisheit mangelt, bitte darum, bitte darum. Gott wird nicht dich überschütten, mich mit Weisheit, mit allem, was wir wollen, wir müssen es haben wollen. Sagen, Herr, ich will es haben, ich brauche Weisheit. Das sind Dinge, die ich nicht verstehe. Da ist eine Situation, die ich nicht klären kann. Ich brauche deine Weisheit. Und Jakobus sagt, bitte, und er gibt es einfach, ohne dich zu verurteilen oder dich klein zu machen mit meinen Worten. Er sagt, er gibt es denen, die ihn bitten. Und das heißt, im Zusammenhang Weisheit und Verstand. Wir brauchen beides. Weisheit und Verstand. Und das ist Christus gleich. Er trägt es in sich, das nächste Geist des Rates. Und er macht, er ist der Ratgeber. Und er ist der Mächtige. Wenn er einen Rat schon gibt, dann gibt er in Vollmacht, in Kraft, in Salbung. Und Jesus ist, er trägt es in sich. Und der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und der Furcht des Herrn. Der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und da wird dieser Satz, er wird an der Furcht des Herrn Wohlgefall haben. Das hat mich sehr, da muss ich stehen, muss nicht stehen bleiben. Er unterstreicht nochmal der Heilige Geist hier und sagt, er wird der Christus an der Furcht des Herrn Wohlgefallen haben. Was bedeutet das? Er wird Frucht tragen. Er wird Frucht bringen. Und diese Frucht seiner Liebe darf jeder Mensch genießen. Jeder Mensch. Wisst ihr? Wirklich jeder Mensch. Hat Gott jedem Menschen heute auf diese Erde Gnade geschenkt oder nicht? Sind das sicher? Ich widerspreche es dir jetzt. Ich widerspreche es dir. Gott hat nicht jedem die Gnade gegeben. Gott hat seine Gnade nicht einfach so ausgeschüttet auf die ganze Welt und sagt, wenn er wollt, tu das. Wenn er wollt, hab das. Nein. Die Bibel sagt, Gott gibt Gnade wem? Den Dämütigen. Den Stolzen widersteht er. Wir denken, Gott hat jetzt am Kreuz seinen Sohn sterben lassen. Jetzt können alle kommen. Nein. Nur diejenigen, die sich vor Gott beugen. Amen. Nur diejenigen, die demütig sind und sagen, Herr, ich brauche dich. Ich brauche deine Vergebung. Die Gnade wird uns nicht erreichen, wenn wir einfach an der Gnade an Gottes Liebe vorbeigehen und sagen, okay, ich brauche das nicht. Gott widersteht den Stolzen, den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Amen. Und es ist wichtig, dass wir wissen, Gott, er schenkt uns die Gnade, wenn wir zu ihm kommen. Und darum brauchen wir wirklich diese Furcht Gottes heute. Diese Furcht. Meine Lieben, die Furcht, das ist das Wichtigste, was wir heute verstehen sollen. Das ist die Botschaft. Und diese Botschaft hat einen wichtigen Platz in der Heiligen Schrift. Warum kommen so wenig Menschen zu Jesus? Weil sie keine Ehrfurcht vor Gott haben. Weil sie denken, sie schaffen es alleine. Weil der Stolz, der Egoismus da drinsteckt. In 1. Korinther sagt uns Paulus zwei Dinge, warum die Menschen heute zu Jesus nicht kommen können. Das erste, dass sie verblendet sind. Dass jemand, der Fürst dieser Welt, ihre Herzen verblendet hat. Aber das Zweite, dass ihre Verstocktheit in ihnen wirkt. Und diese Verstocktheit, die erlaubt den Menschen nicht zu Gott zu kommen. Aber es ist so wichtig, dass wir erkennen, dass wir Gott brauchen. Den Demütigen gibt Gott Gnade. Wenn wir zu Gott kommen wollen, dann müssen wir uns vor Gottes Allmacht, vor Gott beugen und sagen, ich brauche dich. Auf unseren Wunschzettel für die kommende Zeit, meine Lieben. Wünsche ich mir und uns allen, dass unsere Wünsche im Reich Gottes nur auf einen Punkt reduziert werden. Die Furcht des Herrn. Wisst ihr, wie wir das verstehen werden? Furcht des Herrn ist keine Angst. Furcht des Herrn ist nicht Sklaverei, dass wir uns vor irgendjemandem fürchten müssen. Umgekehrt. Wir dürfen jedes Mal zu Gott kommen, in seine Arme fallen. Er ist ein liebevoller Papa. Und er will nicht, dass wir uns fürchten von ihm. Viele Menschen fürchten sich von diesem Gott. Nein. Die Ehrfurcht ist etwas ganz anderes. Ehrfurcht heißt, ihn zu lieben. Ehrfurcht heißt, ihn zu begegnen zu wollen. Ehrfurcht ist etwas ganz anderes. Das heißt, Vertrauen. Und lieben unseren Erlöser. In der Furcht des Herrn. In diesem Wort ist alles, was wir heute brauchen, reingenommen. Alles. Wirklich. Absolut alles. Wenn wir Gott ehren werden von ganzem Herzen. Wenn wir Gott suchen werden von ganzem Herzen. Wenn wir Gottes Angesicht von Herzen suchen werden. Gott hat gesagt, ich werde mich von euch finden lassen. Furcht des Herrn ist ein kindlicher Glaube. Seinem geschriebenen Wort. Ein kindliches Vertrauen. Das ist die Furcht des Herrn. Wo ich sage, Papa, du hast recht. Ich habe Unrecht. Du hast es geschrieben für mich. Und ich will dir vertrauen. Immer wieder neu lernen. Papa, du hast recht. In der Furcht des Herrn zu leben, heißt in seiner Salbung unterwegs zu sein. Einfach. Es ist so einfach, wenn wir in der Furcht Gottes leben wollen. Es heißt, die Salbung wird auf uns ruhen. In 1. Johannes wird uns gesagt, Kapitel 2, Vers 20 und 27, dass die Salbung auf uns schon ruht. Und wir brauchen nicht andere Lehrer haben. Der Lehrer, die Salbung, der Heilige Geist, er wird uns in dieser Salbung, in dieser Ehrfurcht Gottes führen. Gott zu fürchten ist eine grundlegende Entscheidung unseres Herzens. Grundlegende Entscheidung. Das kann man nicht machen, meine Lieben. Das kommt nicht heute auf morgen, dass du plötzlich sagst, ab jetzt werde ich Gott ehren mit ganzem Herzen. Die Entscheidung ist wichtig. Aber das ist ein Prozess in unserem Leben. Wir werden immer neu in Gott entdecken. Die Facetten seiner Liebe, die Facetten seiner Göttlichkeit. Wir werden immer wieder neu entdecken in ihm. Diesen Gott, der uns so viel geschenkt hat. Sie kommt nicht einfach so. Wenn wir nur zum Gottesdienst kommen und hier zwei Stunden vorbringen. Die Ehrfurcht kommt in deinem Gebetszimmer zustande. Wie viel Zeit verbringst du mit deinem Gott? Wie viel Zeit nimmst du dir für deinen Gott? Wie viel Zeit nimmst du mit ihm zu reden? Wie viel Zeit schenkst du ihm aus deinen 24 Stunden, die Gott uns schenkt? Wie viel Zeit verbringen wir mit unserem Gott? Der Teufel versucht mit allen möglichen Dingen uns zu beschäftigen. Damit wir von dieser Zeit immer weniger und weniger und weniger machen. Und nur morgens vielleicht, danke Gott, ich bin wieder wach. Tschüss, bis heute Abend. Und sie leben, viele Christen. Aber Ehrfurcht Gottes, es ist mein alltägliches Leben, die Ehrfurcht Gottes in sich zu tragen. Das heißt, mit Gott, Tag für Tag, Stunde für Stunde unterwegs zu sein. Wo wir unsere Herzen auch ausschütten können vor unserem Vater. Wo er seine Salbung, seinen Frieden in unser Herz gibt. Und lehrt uns zu überwinden und zu kämpfen. Das ist die Ehrfurcht Gottes. Die Frucht oder die Furcht des Herrn soll unser Leben still werden. Schön, was Salomon mal in Sprüche 23 gesagt hat. Vers 17. Dein Herz sei nicht eifersüchtig auf die Sünder, sondern trachte alle Zeit eifrig nach der Furcht des Herrn. Sondern trachte alle Zeit eifrig nach der Furcht des Herrn. Das ist unsere Aufgabe, mein Lieben. Und das hat Jesus eigentlich auch in sich gehabt, als er auf diese Erde gekommen war damals. Jesaja hat es schon vorausgesagt. Er wird das in sich haben, die sieben Geister. Übrigens, die sieben Geister, die stehen heute. Wenn wir Offenbarung 4 lesen, und da wird beschrieben, uns der Thron Gottes, wie die Blitze, Donner. Der Regenbogen ist da, übrigens mit sieben Farben. Der andere Regenbogen heute ist mit sechs Farben. Das wissen wir, das ist total was anderes. Aber der Regenbogen mit sieben Farben steht vor Gott. Gott hat ihn geschaffen. Der Teufel ist ein Affe, nimmt immer was bei Gott ab und versucht es auf seine Art und Weise zu machen. Mit sechs Farben. Aber da im Himmel sind sieben Farben und da stehen die Feuerfackel von sieben Geistern. Das ist so stark. Und die brennen vor dem Thron Gottes, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Dort ist keine Nacht übrigens. Und dort brennen die Feuerfackel. Dort brennen die, diese sieben Geister. Und die sieben Geister, die Vollkommenheit Gottes, die war alles in und auf Christus. Diese gewaltige, gewaltige Macht, was da in Christus war. Können wir das begreifen? Ich glaube, das können wir nicht begreifen mit unserem menschlichen Verstand. Aber irgendwann im Himmel werden wir es erleben. Christus trug alles das in sich. Und er brachte es den Menschen. Er hat überall diese Macht, diese Herrlichkeit, diese Salbung, diese Kraft, diese Ehrfurcht den Menschen gebracht. Nicht alle haben es verstanden, aber viele haben es verstanden. Und viele kamen zum Glauben. Und viele verstehen es heute auf dieser Erde. Übrigens, es wird mehr und mehr Christen auf dieser Erde. Es werden mehr und mehr Christen. Die am meisten wachsende Gruppe sind die Christen. Und die am meisten verfolgte Gruppe auf dieser Erde sind auch Christen. Warum? Weil der Teufel hasst die Christen. Weil der Teufel, er weiß, es ist eine Niederlage. Weil der Teufel weiß, es ist die einzige Gruppe, die gegen ihn aufsteht. Und darum hasst er. Und er hat eigentlich keine Chance. Weil Christus der Sieger ist. Amen. Und darum ist die Gnade, die ist nicht bedingungslos für alle Menschen von Gott gegeben. Gott kommt zu uns heute in Christus. Und er will uns heute begegnen in diesem Jesus. Zusammenfassen. Das Erste. Deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Das hat mich fasziniert. Gott kommt selber und sagt, ich mache ein Zeichen. Wenn ihr es nicht versteht bis heute, nicht verstanden habt, ich mache ein Zeichen. Ich setze ein Zeichen. Ich werde euch nahe kommen. Ich werde Mensch. Und ich werde Immanuel heißen. Das Zweite. Er heißt nicht nur Immanuel. sondern wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Er hat viele Namen. Egal in welcher Situation du heute Morgen steckst, rufe diesen Namen. Wenn du Frieden brauchst, rufe diesen Friedenfürst. Wenn du Kraft brauchst, rufe den starken Gott. Wenn du Rat brauchst, rufe zu ihm. Er sagt, ich bin da. Ich bin der wunderbare Ratgeber. Und ich bin der ewige Vater. Und das Dritte. Auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen. Der Geist der Weiße, der Verstandes, des Geistes Rathes, der Macht, Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und dieses Sein Reich wird ewig sein. Und wir sind unterwegs. Und wir werden eines Tages ankommen. Gehst du mit? Das ist schön. Ich wünsche mir, dass wir auf diesem Weg, der Jesus Christus heißt, bleiben. Und dass wir auf diesem Weg gehen. Und dass wir auf diesem Weg ankommen. Das ist mein Wunsch. Und das ist das Wunsch unseres Gottes. Dass wir ankommen. Jeder. Jeder von uns. Amen. Bitte lasst uns aufstehen dann. Vater, wir stehen vor dir. Von dem mächtigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wir stehen vor dir und wir beten dich an. Der du so wunderbar alles erdacht hast, geplant hast, wie du uns Menschen freisetzen kannst. Wie du uns Menschen zu dir führen kannst. Wieder zurück in die Beziehung hinein, die Adam und Eva verloren hatten. Und danke dir, in Jesus Christus haben wir heute diese Beziehung mit dir, Papa. Wir dürfen zu dir kommen, Tag und Nacht. Wir dürfen mit dir reden. Und du bist die Kraft, die in uns heute wirkt. Du bist der Friede für Jesus Christus. Und du bist der geniale Ratgeber für alle unsere Fragen. Und ich danke dir, Jesus, von Herzen, dass du jetzt mit uns bist. Dass du uns dein Wort austeilst. Dass die Salbung da fließt. Und dass die Herrlichkeit des Christus in uns wirken kann. Weiter. Vater, ich danke dir. Du bist so gut. Wir beten dich von Herzen an. Segen dein Wort in unseren Herzen. Lass dein Wort in unseren Herzen sein. Und lass dein Wort aufgehen in unseren Herzen. Und lass dein Wort Frucht schaffen. Wir beten dich von Herzen an. Ehren deinen heiligen Namen. Ich bitte für jeden Einzelnen von uns. Herr, wenn wir Fragen haben, lass uns zu dir eilen. Wenn wir Probleme haben, lass uns zu dir kommen. Wenn wir an Weisheit mangeln, lass uns bei dir die Weisheit abholen. Du gibst jedem, der zu dir kommt. Vater, ich segne meine Geschwister. Lass die Kraft fließen. Lass dein Segen kommen auf jedes Wort. Und lass dein Wort Frucht bringen zur Ehre Jesu. Amen.